Nach dem, was man in Büchern liest und aus Geschichte und Geschichten hört, ging's mit der wahren Liebe niemals glatt. Bin gespannt, wie's dir ergeht, wenn was Schlimmes vor dir steht. Die Ehren, die Verliebten und die Dichter bestehen allesamt nur aus Schimäern. Ich will Petra dazu kriegen, mir über meinen Traum eine Ballade zu schreiben. Sie soll Klaus sein Traum heißen, weil sie so klaustrophobisch in der Atmosphäre war.